halli hallöchen und herzlich willkommen zurück zu let's play together left for dead das sieht merkwürdig aus ich will nicht sagen aber dass mich jetzt das sieht aus dieser position hat das wirklich sehr merkwürdig aus aber ich hätte mich jetzt auch selber verarztet warte mal wir sind wieder zurück hier im schutzraum wir sind immer noch ein level nummer fünf der feeling gehen wir mal weiter ach weil ich mich gerade frage ja sollte ich mal mitnehmen ein etwas unkonventioneller durchs unterholz ich versuche mich ja gerade zurecht zu finden ja einfach aufs rote haus zu ihr diese diese ganze vegetation hier die scheune ist etwas voller warte mal warte da habe ich was gesehen na das geht ach ja jack schönes lagerfeuer ja finde ich höre es überall knallen jawohl ich habe louis geschützt indem ich ein feuer gelegt habe gut liegt schon wieder so ein molle vier mollis hier oben echt ich habe noch ein hier liegen noch ein paar so aber das sind sind da sie sogar fünf stiliege ja das ist doch ein bull oder die flieger die hier liegen ja da liegen fünf mollis noch oben also jetzt noch vier na dann ja auch noch welche jack hast du dir gesehen wo was wie überall wie hier so viel ja wir haben gesehen ja einfach durch hunter alter franzes hat den kill geklaut die sie sauer selenden da lebt noch was so halb das fliegt da hinten drauf hast du wirst du schon wieder aufbauen und ich habe hier schon wieder meinen spaß ich bin runtergefallen egal das sieht auch ganz hoch von hinten ja das sieht doch gar nicht gut aus hier das man im sound war gerade komisch ist auch dezent laut hier minimal dieses dauerfeuer immer nur sperrfeuer hier drauf 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 halleluja ich brauche hier mal meine ruhe da genießt man wirklich seine ruhigen momente mal gehst du hier ist das groß ist irgendwo hunter scheiße dieses raben creme da kommen wir nicht hoch das hört sich wieder sehr gut an oder nicht nein 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 wer war es mal wieder ja ganz ruhig ganz ruhig wo ok doch nicht ruhig doch nicht ruhig ich hänge gerade über dem feuer das ist richtig super dass ich bin ich bin fast tot und wo man ist ja auch noch ja ich auch ich bin schon da und gerade ich bin super wie du über ein feuer röst ist ja ich darf ich würde gerne helfen jack aber ich habe hier gerade meine probleme ach gut ich habe hier einigermaßen wieder hergestellt so hatte ich muss noch kurz raus ich habe noch acht leben kann ich mal jemand schützen ich würde mich ganz gerne mal wieder überleben hier heilige nochmal ok ich bin wieder dabei und erst mal noch die schmerzmittel einwerfen so erst mal pillen einwerfen da ist das scheiß wie ich immer das lebt ja immer noch und der franz ist mal wieder aber das ist ein richtiger killklauer weiß ich schießt das schon der ewig kamen das macht er aber auch die ganze zeit und der kommt am ende da jetzt noch oben ich habe gefunden ja gut und gleich macht bumm hier drin hast du molly hast du wahrscheinlich jetzt kann ja ja ich wollte fragen ob ich wollte fragen ob da ich wollte fragen ob noch was für mich deswegen aber ich glaube eher nicht ich habe ja auch schon wieder was gefunden aha ja hier gibt es wieder irgendwelche obszönen bilder ich sehe schon da hinten wo wo hier an der wand das ist schon dass das ist schon sehr gewagt muss ich sagen ich als unabhängige frau muss sagen ich bin doch schon sehr gewagt geht doch noch naja sechs ist sechs ist ein schwein aber hübsche gegend hier auf jeden fall dass wir hier nicht wohnen will immer der tut mir leid ja gibt es hier noch irgendwas einen zu ja wollte gerade das hört sich nicht gut an da in der ecke ist das scheiße jawohl jetzt habe ich mal den kill geklaut na endlich und so und überhaupt hier ist aber noch was ich glaube mit fettig 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 mit so der motor molotov cocktail ok ich habe dann kann auch ein sehr gut unten fetter wo oben höre ich doch so ja das höre ich genau naja da kommt was durch die tür geben alle von der türe ok hier brenzlige angelegenheit kein grund zur ursache ich habe noch was nettes gefunden was den hier was das ist ich komme nach oben das sieht also das ist doch wirklich jack guckt man aus dem fenster dass sie wirklich guckt man aus dem fenster und dann recht geschossen das sieht merkwürdig aus rechts ja kann man doch mal machen also bei so einem indienentwickler wie welt das ist normal oder da kann man ja mal auge zu drücken das gehört es hat sich wirklich gut angehört und nun ich habe das mal hier lang hier sind noch ein paar glaube ich hatte gerade seine probleme das immer außer gefecht ist wieder hoch helfen ich habe dir mal hier ist immer noch so ein wie jetzt nicht mehr auch der brücke und der nächste schutzraum ich sehe ihn schon kommen dann flanieren wir mal zum schutzraum würde ich sagen dass man die luftjanker das finde ich mies du aber wenn ich halte lieber so soll ich behalten schmeißt dafür auf den boden macht zu jawohl ja gut ne okay wir können auch weitermachen neun minuten ach so dachte schon hier ich habe aber ich habe irgendwie kein zeitgefühl hier tank 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 ich dachte denkt mehr der mensch gekriegt von mir naja ach so habe ich gar nicht drauf geachtet dass ich nie die gasflasche trifft auch so auch so stehst du wohl wenn es gemacht ja da konnte ich diesmal nichts mir ist gerade noch ein projekt eingefallen super ja beziehungsweise eigentlich zwei oder drei oder vielleicht doch keins ne ist das schönste waren welche aber gucken schade keine alarmanlage ich glaube die diese formale dayton alarmanlagen auch oder ja auf jeden fall ich denke jetzt mal mit nazi soldaten zombies oder kommt da kommt was da kommt was da kommt was da kommt was soll ich das hinwerfen ich bin überfordert ich brauche hilfe also irgendwie hilft mir keiner ich bin hier oben und ich brauche hilfe und ich bin tot ich will nicht ich brauche hier selbst das mal gut auf der warte das war knapp also kam gemacht der nächste schon das war ich bin dabei ich habe ja nichts zu verlieren außer meinem leben wohnen keep arms above head and all times or you will be shot on sign do not run directly in military personal ups da kommt was scheiße ich habe die profanflasche daneben geworfen oh ja okay du musst die arme nach oben nehmen hast ja gerade gelesen sonst macht bumm hat schon bumm gemacht dass wir es erschossen jetzt einfach ein überdimensioniertes maisfeld hunter 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 wenn ich ein bisschen mehr sehen würde ich habe den hunter verloren ich sehe nur fliegen wo ist denn der ah ja alter ich krieg von allen seiten verschläge das fies doch den traktor so ich stehe über dem mais du bist nicht besser als mais dann kommt da gar nicht richtig oben drauf ja ich habe auch schon gedacht na komm schon nach mann also ja gut dass wir es geklärt hätten okay ich weiß schon wo wir hin müssen oh ja ich lege die mal beide da hin nicht drauf schießen jack schade die halte nicht drauf schießen schade oh gott das hätte so schön bumm gemacht ich weiß jack du magst das ja ist noch eins okay kann jemand antworten wer ist hier schießen wir mal ich gehe mal dran ich mache erstmal ein bisschen frikassier hier vorne ist das jetzt schon wieder finale nee oder ich glaube schon ach du kacke ging ja schnell diesmal ich brauche munition dringt sonst habe ich sofort verkackt ihr müsst auch garantiert auch irgendwo noch medipack seine ja ich habe mir schon alles geschnappt ok soll ich soll ich drücken ja bitte ok ich gehe nach oben ok ich bleibe hier beim toaster das hört sich mal wieder überhaupt nicht gut an leute das wie ich wo ist das wie ich sehe es nicht ich sehe nur zimmer warte vor der tür aber alter ja aber schön du bist du achter auf ja ja ich sehe dich bin bei dir ich versuche das dach clear zu machen aber das hätten wir kommen den nächsten es sind irgendwo großes geschützt ja habe ich mich auch schon gefragt sonst gab es immer ein großes alter diese welle die hier steht ach du heilige smoker also langsam zumindest haben wir hier nur stacheldraht hauptsache die kommt von innen ach du heilige nochmal oh gott oh gott oh gott die ist riesenloch in der wand das ist irgendwie unbehaglich kommen nach unten also unten ist es recht übel smoker down viele kommen diesmal von den füchern oma kompasser kopp was größeres warte warte ich bin fast down halleluja ok vorher ist auch ausgeschossen alles klar und jetzt tja machen wir jetzt hört sich wieder überhaupt nicht gut an du heiliger ach du kacke was da alles ankommt aus dem feld raus mann ich ich brauche mal hilfe ich bin unten und brauche hilfe ok warte 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 ich bin in den nöten hilfe es ist gerade schwierig dir zu helfen ich sehe es mitten in der welle ich habe den boomer begrüßt der hat bumen gemacht dankeschön alter hunter 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 ich sitze auf dem dach und habe ein problem alter 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 8 live na super ich bin dauernd ich komme ich bin dauernd ich bin dauernd ich bin dauernd wir können das oben besorgen ist das schritt und den anderen weisen bis oben bis oben ich bin tot nach allen jack ich gewinne tote ok das sieht irgendwie komisch aus wenn man die gerade zugucken ich bin so in dir drin das ist nicht gut das sieht sehr komisch aus von der kamera perspektive ja ach ich werde dich rechten jack das war aber so ein scheißer er genau da um die ecke lag ich vorhin also irgendwo muss ja auch noch wahrscheinlich sein ich hab nicht gelesen dass der hand hat tot ist ja ok und nun gehen wir mit der kamera auf mich ja ich kann ja glaube ich irgendwie weg übernommen louis louis ist gleich auch da louis 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 und der tanker achso ich kann rein und raus suchen ja das sind sie die rettung na super und ich bin drauf gegangen weißt du nicht nicht ach schön ja es ist das ging jetzt auch staulich schnell oder ja irgendwie schon also es war nicht lang so das level an sich halbe stunde glaube ich auch nur echt gott ja zumindest nicht viel länger sagen so ich weiß gar nicht hatten wir überhaupt zwei folgen diesmal doch zwei folgen hatten wir aber nicht mehr meine gut zum gedenken an jack 2 lp herrlich bla charlest verstorben besonders besonders überlebende jack 2 lp als bill verstorben naja statistik gesamtzeit 45 minuten sag ich doch das sind kräfte ei 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 todesfälle naja franzes ist auch einmal drauf außer gefecht gesetzt zweimal verbrauchtes verbandszeug oh da war ich aber gut dabei schmerzmittel ich immer nur ein wenn es geht joholf cocktails ja wir beide äh äh getötete boomer da war ich gut dabei wenigsten schaden ich habe ja gut 1448 zum wie es auch weniger als bei den anderen ich würde sagen das reicht für die folge oder ja ja gut dann sehen wir uns das nächste mal wieder im letzten level letzte eigentlich gut dann würde ich sagen sehen wir uns da wieder also vielen dank fürs zusehen und dann noch ein herzliches tschüssi